Ho 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 Kinder, seid dabei und steigt mit ein. Jetzt geht's wieder los mit Ahsoka und unserem Superhelden Adventsfest. Wir haben das 19. Türchen. Ja, der 4. Advent ist heute. Das öffnen wir. Oh, schön. Das freut mich, das gefällt mir. Da haben wir heute doch wohl viel Plastik in der Plastiktüte. Das packen wir aus. Und dann bauen wir das auf. Und da haben wir das auch schon aufgebaut. Mensch, heute haben wir ja was Nettes. Den Stark Tower, beziehungsweise den Avengers Tower. Hinten ein bisschen geschummelt, aber ansonsten glaube ich gar nicht schlecht gebaut für dieses Größenverhältnis. Ich finde diese Idee mit der Pfanne da vorne ganz nett. Natürlich ein bedrucktes Zeichen, dieses Avengers Zeichen, was man auch in manchen Sätzen schon bekommt. Tolle Sache, tolle Teile, gefällt mir. Werde ich glaube ich so sogar zusammengebaut lassen. Und dann war es das auch schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe euch gefällt dieses Mini-Bild. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das Video liken würdet, den Kanal abonniert, wenn noch nicht geschehen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Lasst es euch gut gehen, bleibt neugierig und tschüss!